Ich finde eigentlich die Map an sich ziemlich cool und an sich, auch wenn ich jetzt ziemlich vieles überspringen kann, aber das ist mir egal. Das mache ich gerne. Danke. Hallo und willkommen wieder zurück zu meinem weiteren Part von Alper und heute spielen wir einfach bei dieser seltsamen Jump Map Flying Strong. Fuck you. Hold. Weiter. Und, oh, Rage in die ganze Zeit ein bisschen. Ich hasse das. Ich hasse das. Ist alles scheiße. Warte mal. Können wir eigentlich so raufgehen und nachher... Warte. Können wir eigentlich nicht... Nein, können wir nicht. Okay. Aber dafür können wir, glaube ich... Hopp. Sag mal. Oh, fuck. Warte mal. Abkürzen. Versuchen wir es. Noch einmal. Versuch. Ach, sag. Egal. Das lohnt sich sowieso nicht. Egal. Für diese zwei Sprünge... Ne. Lohnt sich nicht. So. Eins, zwei, drei. Ich hasse... Diesen Sprung. Oh, fuck you. Oh, man. Was ist denn das die ganze Zeit? Timeset. Ich schwöre, ich hasse das. Hopp. Warum gibt es hier eine Kiste und darunter ist nichts? Übrigens haben wir... Da gibt es kein Checkpoint. Was? Das ist zu viel ohne Checkpoint. Checkpoint nicht vergessen. Ach so, okay. Alles klar. Dann... Dann will ich nicht rum... Äh... Splaglen. Will? Okay. Okay. Hopp. 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 Warte mal. So. So. Und. So. Oh, fuck. Willst du mich verarschen? Hm. Hopp. Oh. Es geht doch. Es geht auch. So. Hopp. Hopp. Die Memp. Memp. Diese Memp. Ich kann es nämlich auch ohne Memp aussprechen. Aus... Aussprechen. So. Memp. Diese Memp ist cool. Okay, Creeper. Ich muss auf dich springen. Tut mir leid. Aber... Oh, fuck. Das war ein... Ho. Übelkeit. Ich hasse Übelkeit. Warum? Ganz einfach. Man sieht... nicht immer, wo man hinspringt. Und das wäre noch 20 Sekunden. Jetzt werde ich aber nachschauen, bevor ich irgendwas... auf irgendeine Druckplatte stehe. Oh. Milk. Okay. Das sehe ich gerne. So. Na super. Gib mir noch mal Milk. So. Ich glaube, das ist gut, Milk zu haben. Oh. Schau mal, was da ist. Hopp. Diamant. Goldschwert. Erfahrungsschwärchen. Pfeil. Yay. Hopp. Tada. So. Hä? Hey. Jetzt ist es auf einmal wieder Nacht. Hopp. Oh. Okay. Okay. Wir haben es geschafft. Ho. Oh. Oh, da ist eine Spanne. Hopp. Wie lange haben wir das eigentlich? So lange? So lange? Oh mein Gott. Okay. Wir müssen einfach sneaken. Ist aber eine interessante Aufgabe. Ganz ehrlich. Ist eigentlich nicht mal so schlimm. So. Gehen wir noch mal das Milch. Ah, ist auch gut. Immer schön passend. Okay. Okay. Ja, Spaß. Das geht da nicht raus. So. Gibt es ja keinen Checkpoint. Ganz ehrlich. Bis hierhin. Keinen einzigen Checkpoint. Seht ihr da rum? Oh. Ne. Das kackt mich jetzt aber an. Oh. Was ist das? Mähmlich. Halt die Fresse. So. Können wir irgendwie da reingehen? Das wäre schon interessanterweise cool. Ne. Anscheinend glaube ich das nicht. Irgendwie. Warte mal. Hopp. Oh, egal. Gehen wir auch mal nach oben. Wir sterben sowieso irgendwann. So. Perfekt. Ein Fall. Aber das ist wirklich viel zu viel. Auf einmal schafft man das nicht. So schnell. So. Ähm. Hab. Ich frage mich. Müssen wir eigentlich da unten diese Sachen auch? Explore-en? Weil das wäre ziemlich. Ja. Out of. Äh. Order. Nein. Out of. Auf. Äh. Keine Ahnung. Naja. Egal. Wir schauen uns irgendwann auch schon mal an. Ne. Da will ich jetzt nicht drauf treten, Mann. So scheiße. Wir schaffen das trotzdem. Ja. Ja. So. Milch. Klopp. So. Okay. Hab. Okay. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hab. Fuck. Okay. Da ist ein Block dazwischen. Irgendwo. Messen wir durch. Ich glaube jetzt gleich müssen wir wieder springen. Hier. So. Perfekt. Dankeschön. Gib mir mehr Milch. Boop. Weg. Okay. Okay. Hab. Was ist los? Oh Mann. Ne. Das finde ich jetzt blöd. Das finde ich blöd. Ich hatte keinen. Oh. Ich konnte nicht mehr sprinten. Das ist das. Nur deswegen. Aber ich mache nur das. Okay. Ich hoffe das ist nicht zu OP für dich. Aber das kackt mich jetzt schon ein bisschen an. Alles nur wegen. Keinen Hohn. Also wegen Hohnnäher der Welt. So zu sagen. Egal. Naja. Erfahrungsflaschen. Warte mal. What about death? Haha. Haha. Okay. Ähm. Da ist ein Block. Ah. Alles klar. Ähm. Schlafen. Yay. Ich hoffe jetzt fliege ich nicht runter. Das wäre. Okay fast aber. Okay. Ähm. Das will ich aber wissen wohin. Ich mache das. Das wäre schon ziemlich cool. Cool. Irgendwie. Aber naja. Wir können ja hier hinspringen. Ui. Hä. Binnen wir zurück nachher. Finde den Knopf. Den Knopf. Warum muss ich den Knopf finden? Ich kann einfach. Egal. Ich finde jetzt einfach mal den Knopf. So. Der ist sowieso irgendwie da hinten. Eigentlich ist es mir da zu riskant. Ich gehe jetzt lieber hier diesen Weg. So. Ach so. Das ist der Knopf. Ne. Okay. Keine Ahnung. Keine Agno. Hehe. Aber wo ist der Knopf? Das ist eine gute Frage glaube ich. Und das ist berechtigt. Ähm. Der Knopf. Wo ist der Knopf? Hm. Wo ist der Knopf? Okay. Ist mir eigentlich scheißegal. Ich gehe jetzt einfach hier hin. Tada. Hier kommst du nur mit Minecraft weiter. Und jetzt. Gib mir doch Minecraft. So. Hä? What the fuck? Hä? Hä? Warum bin ich jetzt irgendwie da... Warum bin ich da drin gewesen? Wollte ich sagen. Egal. Gut. Dann machen wir das noch einmal. Okay. Tada. Damit er froh ist. Ho. So. Vorsicht. Ende der Bahnstrecke. Achtung Lava. Ach so. Ja. Das hätte ich eigentlich auch noch lesen sollen. Aber nein. Ich lese es mal wieder nicht. Ho. Jetzt muss ich da hinspringen oder was? Das ist... Nee oder? Ach so. Fallentieren. Nicht umklappen. Okay. Alles klar. Herr Mr. Chef. Ha. 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 So. Ich glaube ich muss da nicht ganz hoch, oder? Nein. Dann kann ich auch so springen. Hopp. So. Perfekt. Höh. Okay. Ähm. Ihr merkt das vielleicht selbst. Das ist ziemlich schwierig. Eine Jump Map zu kommentieren. Deshalb. Auch deshalb mag ich die nicht so für ein Let's Plee. Ähm. Aber naja. Also nicht nur deshalb eigentlich. Aber auch vor allem deshalb. Und ich glaube so langsam. Gibt es ja fast keine Minecrafts mehr. Egal. Hopp. 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 Und jetzt geht's weiter. Mit unserer coolen Reise. Egal. So. Oh Mann. Hatcher. Hopp. 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 Wasser. Bitte warten. Einmal wird aufgefüllt. Hm. Regeneration. Stirb doch endlich. Hä. Cool. Wat? So. Egal. Ähm. Ja. Hopp. Hopp. Oh Leute. Das ist so schwierig. Eine Jump Map zu kommentieren. Ganz ehrlich. Das müsst ihr auch verstehen. Wo man. Aber es ist eigentlich ziemlich cool aufgebaut. Ganz ehrlich. Ich finde die Map selbst. Ist eigentlich sehr cool. Doch. Ich finde es cool. Auf der Map. Auch wenn es jetzt mal eine Jump Map ist. Ich finde eigentlich die Map an sich ziemlich cool. Und an sich. Auch wenn ich jetzt ziemlich vieles überspringen kann. Aber das ist mir egal. Mach ich gerne. Danke. So. Checkpoints. Hellgrün. So. Ähm. Ich glaube das mit dem ähm. 20 bis 40 Minuten wird wohl nix. Hahaha. Und. So. Hopp. Oh fuck. So. Falltüren nicht umklappen. Alles klar. Halt die Fresse. So. Hopp. Oh heilige Mutter. Hier drücken. Oh. Nicht mehr. Lederschutzkappe. Dingskacke. Furz. Egal. Heilige Mutter. Du gehst weg. So. Gut. Ähm. Was haben wir gesagt? Wir. Wir. Wir gehen weiter. So. Genau. Äh. Hier machen wir das denn am besten. Sure. Ach so. Ha. Ha. Oh. Wir haben es geschafft. Aber ganz knapp. So. Okay. Das war. Okay. Okay. Gleich wieder ein Checkpoint. Alles klar. Ach stimmt. Das waren schon ein paar Checkpoints dazwischen. Naja. Ähm. Hm. Hab. Hab. Oh. Fick dich. Hab. Mip. 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 So. Ach so. Äh. Ja. Falsche Richtung. So. Ähm. Ich würde sagen. So langsam. Langsam. Beenden wir hier den Part. Wass mal. Okay. Tada. 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 So. Noch einmal. Ich gebe noch drei Versuche. Fuck. Eins. Und nachher beendet ich den Part. So. Eins. Oh, ich springe einfach da drüber. So, zwei. Ist mir scheißegal. Ich beende hier einfach den Part. Und. Da hat er sich gerade noch umentschieden. So, egal. So. 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 Fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Okay. Das war's. Tschüss. Ähm, ja. Ich würde sagen, wissen wir uns beim nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Part bewerten könntet. Und. Vielleicht ein kleines Fingerchen nach oben machen. Hehe. Hey. Hey, das passt sogar. Kleines Fingerchen nach oben. Like a sir. So. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich würde mich sehr über eine Bewertung freuen. Und. Wir sehen uns jedes Mal. Und bis dann. Tschüss. Und bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.